Hallo Klaus, wie versprochen, das Backerl. Ich hoffe doch, dass du sowas brauchen kannst. Somit mal ganz liebe Grüße von uns Steirern und alles Gute. Danke! Geschichten, die das Leben schreibt. Na ja, es ist auch so, wie die meisten von euch ja wissen, oder manche von euch wissen, pflege ich an den Tagen, wo jemand Geburtstag hat, laut Facebook, immer auch ein Video zu schicken. Ein persönliches Video, wo ich halt denjenigen beim Namen nenne und einem alles Gute wünsche. Das ist ja nicht so schwer. Und ich denke mir halt, für ein soziales Medium ist es gerade sozial gerecht, wenn man einfach persönlich wird. Gut, jetzt gebe ich zu, dass ich doch den einen oder anderen Facebook-Freund habe, den ich gar nicht kenne. Also, nicht bewusst. Ja, bei manchen kann man sich vorstellen, wir haben ähnliche Freunde, also aus welcher Reihe ungefähr man sich kennen könnte, aber sonst eigentlich auch nicht. Und bei manchen bin ich auch recht direkt und sage halt dann, heißt das, ich weiß gar nicht, wer du bist. Wobei ich wirklich einstetig hoffe, dass ich es wirklich nicht weiß und es auch so ist, dass wir uns gar nicht kennen, weil oft denke ich mir, furchtbar, wenn derjenige sagt, okay, wieso, wir haben doch letztens erst miteinander und so weiter und so fort, das wäre mir doch sehr unangenehm. Bis jetzt aber noch nicht vorgekommen. Aber was anderes, ich habe also einen lieben Freund, Facebook-Freund, zum Geburtstag ein Video geschickt, namentlich dem Bernhard Lenz. Dem habe ich zum Geburtstag gratuliert, habe ich mir ein Video geschickt, habe gesagt, da alles gar nicht zum Geburtstag, wir sind miteinander Facebook-Freunde, aber ehrlich gesagt, ich habe gar keine Ahnung, woher wir einander kennen. Gut, eine Antwort kam recht bald und der Bernhard hat gemeint, ja, nein, wir kennen uns eigentlich eh nicht wirklich, aber wir haben gemeinsame Bekannte und so weiter, aber seinen Vater mit seinem Herrn Papa, der auch Musikant ist, mit dem habe ich schon gespielt und also so hat es dann diese Connection ergeben, wie auch immer, also wir haben uns dann dadurch sozusagen mehr oder weniger näher kennengelernt und dann ist mein Geburtstag gekommen und dieser Bernhard Lenz, er dreistet sich doch glatt, mir auch zum Geburtstag zu gratulieren, aber jetzt natürlich mit dem Wissen, dass er mich schon kennt. Ja, dem nicht genug, schickt er mir auch noch ein Geburtstagspackerl. Patats, patats, ich bin gefreut, ich bin sehr gefreut, aber nicht nur über das Packerl an sich, wobei das die größte Freude ist. Lieber Bernhard, auf diesem Wege herzlichen Dank, ich freue mich über Packerl und, naja, jetzt habe ich mir gedacht, mache ich so etwas Klassisches, wie so ein Unboxing, wie so manche andere YouTuber, wo ich mir gedacht habe, Entschuldige, dass man zuschaut, es dabei wäre ein Packpapier runterreißen oder wie er zugepickt, es aufschneidet oder sowas, also auspackt habe ich schon. Ich habe jetzt nur mal die Bestandteile des Paketes da und das zeige ich, weil der Bernhard Lenz hat mit seiner Tischlerei etwas ganz Großartiges gemacht und wenn das jetzt nach Werbung klingt, dann soll es auch so verstanden sein, nämlich aus freiwilliger Werbung, wie ihr seht gleich sehen werdet, ich kriege nichts dafür gezahlt oder sonst was, aber ich freue mich total darüber, dass wir auf so persönlicher Ebene zusammenkommen können, auch über die sozialen Medien, auch über das Internet, das ja so anonym sein soll oder ist, wie viele sagen, ich glaube, da können wir einfach viel rauszuholen, wenn wir persönlicher werden. Und bei Bernhard bedanke ich mich ganz besonders dafür, dass er noch etwas draufgekriegt hat. Nach dem Video von mir ist von Erma Packerl gekommen und das schauen wir uns jetzt aus, aber es ist nämlich etwas wirklich Grenzgeniales für alle Musikbegeisterten. Also schauen wir mal. Also das da, was haben wir da? Das Informationsjournal der Tischlerei Bernhard Lenz. Bad Gleichenberg, da sind sie daheim. Ich verlinke das Ganze natürlich, dass ihr seht, wo das daheim ist. Aus Dankbarkeit der Bernhard gegenüber und auch wenn ich das Produkt immer sehr angeschaut, ich mache das ja nur für die Show, dass ich es jetzt nochmal einpackt habe, das gefällt mir echt total gut und das zeigt auch wieder, dass die kleinen, die sogenannten kleinen Betriebe mit ein bisschen einer Idee und ein bisschen einer Kreativität auch etwas zusammenbringen können und nicht immer nur von den Großen verdrängt werden. Weil die Tischlerei Lenz hat nämlich eine ganz großartige Idee gehabt. Die hat nämlich aus einem herrlich schönen Zirpenholz den Klanggeber Space 075 herausgebracht. Edition Space nennt sich das Ganze. Und es ist aus Zirpenholz. War schön verpackt. Mir als Musiker gefällt ja auch sehr gut der Slogan Lenz komponiert Möbel. Herrlich. Und ich habe gesehen, die haben ganz großartige andere Produkte, die als Lautsprecher dienen, also Bluetooth aus Hulswelt, so diverse Sachen. Aber das kann ich euch jetzt gleich zeigen, weil das ist nichts anderes als ein Klanggeber. So, wo sind die Sechzehner-Büben? Ich glaube, es ist ein Demonstrationszweck. Da hat das genügt. Nicht nur dafür, dass ich ein Packerl bekommen habe, ist dem lieben Bernhard Lenz besonders Danke zu sagen für dieses Holzgrammophon. Da ist keine Schrauben drin, kein Metall. Es ist herrlich verarbeitet. Duftet herrlich. Schön. Schön, schön, schön. Riesenfreude. Bernhard, tausend Dank. Und ich werde es natürlich verwenden. Gar keine Frage. Und weil ja der Bernhard Lenz aus der Steiermark ist und die Tischlerei Lenz in Bad Gleichenberg dieses wunderbare Hausgrammophon angefertigt hat, bringe ich glatt ein wienerisch-steirisches Stückchen da eine von uns, von den Sechzehner-Büben gespielt, steirisch-wärnerisch. Im Herzen von Österreich der Steier ist ein Land, die ist heute bekannt. Oh, ist das Paradies, tut die Zähne an die Läden und so sakrisch-perant. Gesund wie der Fisch und so frisch, das ist gewiss. Im Wald, du, die Öl, wo es heute, du, die Öl, sind die Sterne, was schützen, die Leer-Bene-Wend. Aus dem Wald, du, die Öl, wird süd.